Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Beim letzten Mal haben wir ja unser Schiff ein bisschen aufgerüstet, haben Baden-See-Schlachten durchgeführt und ja, es war halt gerade erst so der Anfang. Ja, nach Komplettierungsrate, laut Hauptbildschirm, haben wir jetzt 90% des ganzen Spiels abgeschlossen. Da ging mir so ein bisschen so, ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber das ist auch okay. Das macht mir Spaß. So, ähm, wir haben auf jeden Fall erstmal hier noch einen Assassinenauftrag. Ob wir das alles so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle, ist halt so eine andere Geschichte. Aber, ähm, da kann man auch, hallo, hallo, jetzt hätten wir auch die Leiter nehmen können, wäre jetzt auch nicht schneller gegangen. So, zack, um. Gehen wir nach da hinten hin, fragen mal so, hey, wen oder was darf ich denn töten? Alle. Und, äh, ja, dann mal gucken, wo wir denn so als nächstes hinfahren. Es gibt ja sowieso so viel, wo wir noch zu tun haben, ne? Das ist der Wahnsinn. So, euer Ziel ist ein Agent der Templer, der zur Zeit als Kanonier im Fond auf drei Tortuga arbeitet. Findet und eliminiert ihn. Okay. Wir können jetzt aber auch noch, was ist das? Einfach nur Schnellreisepunkt, oder was ist das? Ja. Ähm, wir können hier noch hin. Das ist, glaub ich, das allererste, wo wir gewesen sind, wo ich dann ja noch den Schatz holen muss. Wo wir eine Schatzkarte fahren. Müssen wir gar nicht halt die Sequenz irgendwie wiederholen, sondern wir können halt da hin. Ist ja nicht verkehren. So. Genau, hier sind wir an der Bucht, wo wir da den Händler getroffen haben. Ähm, warte, warte, warte. Der Schatz soll ja irgendwie hinter einem Wasserfall sein, oder so. Gucken wir mal. So, laut, ähm, Dingens hier. Manchen, die kommentiert haben, so, ja, der Schatz ist hinterm Wasserfall. Muss man halt nur gucken, ob er das auch so findet, wie man es gerne hätte. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Vor allem... Ist das jetzt von hier aus gesehen, oder von da aus, wo die... ...Buchte ist, quasi hier. Warte mal, wir können ja da schnell reisen. Wir können ja... Wir müssen ja nicht den ganzen Weg laufen. Das ist ja das Schöne. So. Und dann... ...hätten wir hier theoretischen Wasserfall. Gucken wir mal, wenn wir da jetzt reingehen. Haben wir hier nur einen Schatz, aber keinen... ...nicht den Schatz, den wir suchen. Hm. Haben wir auch noch einen Wasserfall? Ich mein, das hier würde ja einigermaßen hinkommen, so von, von, von Dingens her, ne? Da sind so ein paar Palmen. Geht man da zurück. Und dann kommt man letztendlich halt da irgendwo hin, oder so. Ups. Irgendwo hier vielleicht. Einfach mal gucken. Haben wir jetzt auch ne schöne Stelle eigentlich. Aber ist ja jetzt nicht das jetzt da. Okay, ich hab nichts gesagt. So, da haben wir jetzt auch diese Insel komplett. Bzw. komplett haben wir sie vorher schon. Aber wir haben jetzt auch den Schatz dazu gefunden. Sehr schön. So. Dann. Können wir das quasi abschließen. Ähm. So. Muss ich jetzt zum Schiff, um da jetzt irgendwie... ...woanders hin eine Schnellreise machen zu können, ne? Na, dann machen wir's mal. Irgendwie. Das ist noch Treibgut. Das nehmen wir noch mal ganz kurz mit. Ne? Weil wir gehen... Warum nicht? Zack. Meins. Dreimal Zucker. Gibt's jetzt hier kein Ruderboot? Saftladen. Also wirklich. Kann ich da Schnellreise direkt hin? Nein. Das heißt... Ich muss jetzt da eine Schnellreise hin. Weil's hier kein Ruderboot gibt. Und dann zum Schiff zurück. Okay. Das muss. Das muss. Hui. Das, was man will, ist hier. Was machst du denn da? Hallo. Oh, komm. Warte, was macht die Katze da? Na, gehst du wohl, wo du wohnst. Na, 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 na. Okay. Einfach weg. Oh, so viel zum Thema. Einfach weg. Hat ja gut geklappt. Ich, ich... Weißt du, ich hab ja extra durch Schwerte gezogen. Ich hab mir so... Ja, ich hau halt einfach irgendwie drauf zu. Macht er natürlich nicht, wenn er nicht das Ziel direkt vor Augen hat. Bild in der Gegend umschlagen, kannst du nicht. Wieso hat das jetzt funktioniert? Hä? Mach doch sonst auch nicht. Gut, meckern wir nicht. Akzeptieren wir einfach. Ich könnte jetzt eine Jaguar-Ausrüstung erstellen. Ja, meinetwegen. Ähm... So, jetzt wollen wir aber erstmal zum Schiff zurück. Dass er hinten vor Anker liegt. Äh... Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Ah, was soll's! Wann hab ich schon mal gute Ideen. Ist doch so. So, hier nochmal ab ins Wasser. Und dann sind wir schon so gut wie da. Und dann können wir halt entweder halt der Hauptquest folgen, oder aber wir machen halt erstmal das Attentatsziel. Ich bin für Letzteres. Und nochmal gucken. So. Kannst du da nicht irgendwo hochleiten? Nein. Okay. Merke für später. Nicht einfach irgendwo hinten aufs Schiff rauf. Klappt nicht so gut. So, Männers. Ich bin wieder da. Ja, danke, danke. 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 Eine Toll-Crew habe ich da. Okay. Ähm... Schnellreisemenü öffnen. Und zwar wollen wir... Wir müssen für die Quest... Irgendwo hinten... Ach, jetzt hat er das Attentatsziel nicht mehr? Ernsthaft? Das müssen wir jetzt extra wieder neu holen? Okay. Na, dann ist es halt so. Ist ja blöd. Dass sich das nicht einfach merkt? Quasi wie... ne? Quest annehmen, fertig. Aber nö. Wird dann halt nicht. Jetzt... jetzt wird wieder ein roter Tonkopf angezeigt. Hä? Guck mal. Jetzt ist das wieder da. Das hatte ich eben nicht. Machen wir hier eine Schnellreise. So. Ups. Das war ein... war ein Schuss. Wir wollen da hinten hin und wollen... Irgendwie... Ja. Unser Ziel töten. Ist das... Geht das schon direkt in die Gewässer? Nein, aber da geht es auf jeden Fall in andere... bewachte Gewässer. Düsen wir erstmal eine Zeitlang hier. Wird schon irgendwie. So schön. Ist das diese Insel da? Ich glaube ja nicht. Naja, hab. So, da haben wir auch noch ein bisschen Treibgut. Holen wir uns auch noch mal ganz kurz. Und dann... Ja doch, das müsste eigentlich die Insel sein. Auf die wir müssen. Okay. Vorverteidigung zerstören und den Aufenthaltsort des Ziels erreichen. Okay. Genau. Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Bäh. So, mal gucken. Bin noch dabei. Wow, 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 wow. Und jetzt hier erstmal drehen, 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 drehen. Vielleicht hier noch ein bisschen. Ich komm ja schon. Oder so. Warte, 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 warte. Ja. Ja. Einmal ein bisschen langsamer. Und schießen. Und zack. Okay. Jetzt haben wir nur noch den einen Turm da. Erstmal... ...voll hier durch. Warte, warte, warte. Ein bisschen langsamer. Yeah. Okay. Was? Wer geht gleich unter? Da geht doch niemand unter hier. So. Da wollen wir jetzt rein. Hier ist auch noch ein Schiffbrüchiger, der ist plötzlich erschienen. So, da müssen wir parken. Den Schiffbrüchigen müssen wir halt mal Schiffbrüchig lassen, ganz kurz. Wir können nicht alle mitnehmen. Unser Quo ist eh voll. So. Und stop. Andocken. Und jetzt holen wir es in uns. In der Hoffnung, da ist alles verklappt. Mal gucken, da drin scheint ja einiges an Leute zu sein. Was sind das für blaue Punkte? Ich hab keine Ahnung. Das Fort infiltrieren. Und die Offiziere des Fortes eliminieren. Wie komm ich denn da rein? Muss ja mal gucken, ne? Okay. Da oben ist eine Person. Die müssen wir uns holen. Ja, ja, ja. Komm mal her. War das schon... Oh. Das war unser Tötungsziel. Und da hinten ist der Offizier, den wir brauchen, ja? Guten Tag. Wollte mal guten Tag sagen. Ich bin halt ein netter Typ. Okay. Bin so nett. Ich töte euch alle. Besonders die, die ich töten muss. Hey. Zack. Der läuft davon, ja? Fliehen ist sinnlos. So, ich helfe dir mal ganz kurz, ne? Und da haben wir ihn. Den Offizier. Na komm. Geht doch. Den Kriegsraum erreichen. Sie geben auf. So, meine Tür. Bleibt meine Tür. Guten Tag. Nette Schwert, dass du da im Hals hast. Okay, das war schon irgendwie cool. Okay. Ach du Kack. Was ist das? Legendäres Schiff. Da brauchen wir halt erst irgendwie tolle Ausrüstung für und sowas. Jetzt ist das legendäre Schiff eh weg. Ja. Und wie wir die Dinger jagen, wie wir halt eine Harpune abfeuern und sowas, weiß ich halt nicht, ne? Jangan lupa. Ja. Du guckst. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020